Ich stelle heute in einer farbenprächtigen Show eine erstklassige Beat-Band vor. Die Culture Brothers. Sie spielen in folgender Besetzung. Am Schlagzeug Helmut, Klavier, Gitarre und Saxophon Werner. Die Solo-Gitarre spielt Hans. Für den Rhythmus sorgt Willi. Und am Bass Karl-Heinz, der Bandleader der Gruppe. Nun der erste Song ihrer Show, Rosie. Musik Dass mir keiner das Mikrofon verschluckt. Musik Auch als Komiker wäre Willi sicher nicht ohne Erfolg. Musik Und in der wohlverdienten Pause schnell ein paar kühle Bier. Denn auch für die Kältis gilt, Durst ist schlimmer als Heimweh. Musik Prost, Tante Kälte. Musik Nach der Pause ein kleiner Wechsel in der Gruppe. Musik Am Schlagzeug geht Stüppi der Blumenfreund. Dessen Talent, einsame Mädchen zu trösten, mindestens genauso ausgeprägt ist, wie seine große Liebe. Das Schlagzeug. Musik 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 Hier eine kleine artistische Einlage der beiden Brüder Willi und Toni, deren verblüffende Ähnlichkeit bestimmt schon manchen Leuten arges Kopfzerbrechen gebreitet hat. Musik 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 Tony wieder mal ganz in seinem Element. Der hätte wohl jemals daran gedacht, dass Spielen solchen Hunger macht. Nach solch heißen Klängen schmeckt das Bier natürlich noch mal zu gut. Und hinter der Theke, wie sollte es auch anders sein, führt das Regiment Tante Käthe, umgeben von Bier, Schnaps und Wein. Untertitelung des ZDF, 2020